Musik Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, daheim an den Bildschirmen. Hier ist wieder eine weitere NewcomerTV-Folge, brandaktuell und mit ganz tollen Bands. Und zwar mit Bands, die wir in der Februar-Ausgabe aufgezeichnet haben in der Musikhalle Portstraße. Und wir beginnen mit einer Band aus Gehlenhausen, nämlich die Blockhelden. Und das ist eine Formation, die sich um den Singer-Songwriter-Gitarristen und Sänger Ole formiert hat. Eigentlich ist er alleine mit seiner Akustikgitarre unterwegs gewesen, viele, viele Jahre. Und hat wunderbare Liebeslieder und sehr melodiereichen Pop zum Ausdruck gebracht. Und irgendwann hat er sich gedacht, ich brauche einfach mal eine fette Band, die das Ganze einfach mal so richtig rock'n'roll-technisch auf die Füße stellt. Und er hat die Jungs gefunden, wie gesagt, in Gehlenhausen, weil die Band kommt aus Gehlenhausen. Und ihr könnt euch jetzt freuen auf einen wunderbaren Auftritt, auf ein wunderbares Konzert von dieser Band im Rahmen der Newcomer-TV-Nächte aus der Musikhalle Portstraße. Viel Spaß! Eine Band habe ich euch hier auf die Sofa gesetzt, nämlich die Blockhelden aus Gehlenhausen. Die bringen gleich hunderte von Fans mit. Die haben einen eigenen Bus gechartert. Wie ist euer Verhältnis, Ole? Das heißt, erst bevor ich ein Ole was frage, möchte ich euch die Jungs hier erstmal vorstellen. Das ist einmal der Ole, der Janis, der Julius, der Julian und der Alex. Alex, herzlich willkommen zum Interview hier. Und ja, also wie ist euer Verhältnis zu euren Fans? Werdet ihr von den Fans dominiert oder habt ihr eure Fans im Griff? Also ich würde sagen, noch haben wir unsere Fans im Griff. Es ist ein Geben und Nehmen. Es läuft noch alles ganz cool. Wir sind auch froh, dass wir jetzt ein paar Leute am Start haben, an den Start gebracht haben. Ein paar. Ist schon cool. Also es ist ja nicht gleich um die Ecke zu uns. Es ist ja schon eine Stunde Fahrt. Von daher, coole Sache. So geil, der Typ. Und du läst dich nicht drauf ein. Jeder Tag bringt neues Licht in die Dunkelheit. Lass es zu und mach dich frei. Weil keiner an dich glaubt, wie du selbst und keiner sieht, was du siehst. Musst du raus, mach dich auf und find dein Glück. Auch wenn alles wieder nicht so neu, wie du es gerne hättest. Musst du raus, mach dich auf und ich fahr'n. Du stellst dir vor, dass wär'n nicht mehr dabei zu teilen. Nicht mehr dabei, dich zu verlier'n. Und wenn auch deine Worte, Taten folgen, bist du bereit. Bist du bereit, was zu riskieren? Bitte so, dass die anderen dich auch noch vortrauen. Die leinen los und volle Kraft in dich zum Leben. Die weinen bloß, wenn wir in der Nacht und Tag nicht sind. Und wenn keiner an dich glaubt, wie du selbst und keiner sieht, was du siehst. Musst du raus, mach dich auf und find dein Glück. Auch wenn alles wieder nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Musst du raus, mach dich auf und ich fahr'n. Musst du raus, mach dich auf und ich fahr'n. Weil keiner an dich glaubt, wie du selbst und keiner sieht, was du siehst. Musst du raus, mach dich auf und ich fahr'n. Auch wenn alles wieder nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Musst du raus, mach dich auf und ich fahr'n. Musst du raus, mach dich auf und ich fahr'n. Musst du raus, mach dich auf und ich fahr'n. Die Blockhelden aus Gehlenhausen, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das war ganz cool. Ich verleih'n ihm bei PEA-Technik und der Ole hat sich bei mir immer Zeug ausgeliehen. Ich hab' irgendwann gefragt, warum er nicht mit einer Band auftritt. Er hat halt immer gesagt, er hat Probleme mit Leuten, was Zeit angeht und so. Und nachdem er das zweite Mal bei mir Zeug geholt hat und hat wieder gesagt, es funktioniert so mit den Leuten, hab' ich gesagt, du kommst nächste Woche Mittwoch zu mir in den Proberaum und mit Jam eine Runde. Ich hab' direkt einen Bassisten mitgebracht, Jules, der heute Gitarre spielt. Und Ole hat auch direkt einen Gitarristen mitgebracht. Wir haben drei Lieder, die er uns vorher gezeigt hat, direkt angefangen zu spielen. Und nach der ersten Probe, nach dem ersten Jam sind drei Songs entstanden und haben gesagt, wir machen beide. Ich hab' es mir selbst nie leicht gemacht, hab' nie auf andere gehört. Hab' ziemlich selten Nein gesagt, das hat meinen Zeitplan zerstört. Doch ich hör' damit noch nicht auf, ich fang' gerade erst richtig an. Hab' meine Seele noch nicht verkauft und bis zum Ziel ist nicht mehr lang. Bis zum Ziel ist nicht mehr lang. Ich bin auf einer Reise. In Unendlichkeit. Manchmal laut, manchmal leise. Ich vertrang' die Einsamkeit. Auf meine eigene Art und Weise. Ich bin auf einer Reise. Mit dem Müll ist mir zufäll'n. Die großen Taten steht's mir frei. Ich schaff' auf eine Unendlichkeit. Ich weiß, es war nie einfach. Hab immer viel zu viel verlangt. Komm, vor die Bühne! Menschen, die mich liebten, hab ich's niemals gedacht Meine Zweifel oft durchgeht ich, keinen klaren Weg Ich steigerte mich, geht ich, und zwar gelernt, doch mal zu spät Hab gelernt, wenn du willst, mach es für immer Gelernt, wenn du willst, mach es für immer Sie wollen mich binden, doch ich lass mich nicht bremsen Gehe für immer, ich geh auf eine Reise Die Unendlichkeit, manchmal lauter, manchmal leiser Ich verdräng die Einsamkeit, auf meine eigene Art und Weise Kein Weg ist mir zu weit, die großen Taten steh jetzt bereit Schild mal, hoff ich auf die Unendlichkeit Okay Leute, ich brauch euch kurz, ich brauch euch kurz Singt mir mal einfach nach, ab jetzt und go Oh 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 Die Unendlichkeit, manchmal laut und manchmal leise Ich verdrink die Einsamkeit auf meine eigene Art und Weise Kein Weg ist mir zu weit, zu großen Taten steht's bereit Und nochmal alle, ich bin auf einer Reise Oh, 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 oh Unendlichkeit 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 Vielen Dank Ihr wisst ja, was für eine Wahnsinnskonkurrenz es so auf den Bandmusikmarkt gibt. Rechnet ihr euch das irgendwie aus oder habt ihr da Chancen, das Ganze auch irgendwann mal beruflich zu machen, dass ihr davon leben könnt mit dieser Band Blockhelden? Ja, also das Ziel ist es natürlich, na klar, also ich denke jeder, der sagt, dass er nicht irgendwann mal davon leben will, ich denke, der lügt so ein bisschen. Ich glaube, es ist der Traum eines jeden Musikers, irgendwann davon wirklich leben zu können. Und wir arbeiten natürlich hart dafür, wie man sehen kann. Wir haben schon einige Gigs am Start und ja, es wird immer mehr. Wir merken, es geht voran. Alle haben Bock, alle ziehen mit. Na, zu viel versprochen, so viel zu den Blockhelden. Wirklich sympathische Jungs und einfach eine sehr eingängige Musik mit schönen Melodien und ja, viel Liebe zum Detail. Wenn ihr mehr von den Blockhelden wissen wollt, dann geht natürlich auf die Internetseite von den Blockhelden, weil da werdet ihr alles Wissenswerte von den Jungs erfahren, beziehungsweise auch wann sie wo live spielen. Wir kommen jetzt zu einer Band, die wir, naja, was heißt wir, die ich schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube schon seit über zehn Jahren kenne. Und die Band hat sich wirklich quer durch das hessische Land, quer durch die Bundesrepublik gespielt und war auch in Teilen von Europa zu Gast mit ihrer wunderbaren Musik. Sie machen eine Art Modern Rock, sehr frickelige Teile, sehr rotzig, sehr frech arrangiert und haben schon viele, viele Fans in ihrem Bandleben auf ihre Seite gebracht. Es gab eine kleine Pause vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, vielleicht familiäre Gründe, wir wissen es nicht, jetzt sind sie aber wieder da und wir freuen uns ganz, ganz besonders, euch diese Jungs präsentieren zu dürfen in unserer heutigen Sendung. Viel Spaß mit Inhuman aus Dreieich. Ich begrüße mit eurem Applaus natürlich daheim an den Bildschirmen die wunderbare Band Inhuman aus Dreieich und zwar den Jonas, den Christoph, den Sebastian und den Timo. Hallo Jungs. Hi. Schön euch hier zu haben. Schön, dass wir hier sein können. Inhuman ist für mich sowas immer, viel davon gehört, sowas wie eine Legende. Also ich habe euch ehrlich gesagt in den 16 Jahren, wo es euch gibt, ich glaube euch gibt es 16 Jahren, leider noch nie live sehen dürfen, aber ich bin immer euren Fans begegnet oder einigen Fans begegnet und die waren immer komplett von der Rolle. Und da habe ich immer gedacht, wow, die muss ich unbedingt mal kennenlernen und jetzt lerne ich euch kennen und ihr seid so geil bodenständig. Wie kommt das? Ja, wir waren nie anders, glaube ich. Wir sind einfach, wie wir sind und das versuchen wir aufrechtzuerhalten und ich glaube, das mögen die Leute auch an uns, hoffe ich. Ja, und das versuchen wir heute Abend auch. Ja, wir sind einfach, wie wir sind. Ja, wir sind einfach, wie wir sind. Ja, wir sind einfach, wie wir sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und werden natürlich auch wieder mit einer Tour um die Ecke kommen und wieder viele Konzerte spielen. Weil darum geht es im Wesentlichen. Wow, echt. Ich bin Fan von den Jungs. Sympathische Boys, die eine ganz tolle, moderne Form von Rockmusik machen. Nämlich Modern Rock. Und sie kommen aus Dreieich, wie ich vorhin schon sagte. Geht auf ihre Seite, liked sie und guckt sie euch an, wenn sie auf den vielen Bühnen dieser Region unterwegs sind. Ich möchte mich jetzt verabschieden, aber nicht bevor ich euch noch darauf aufmerksam mache, dass es nämlich eine weitere Newcomer-TV-Nacht geben wird. Und zwar live und in Farbe am 26. Oktober mit Korbien aus Offenbach, die mit einer Art Melodic Death Metal schockieren. Dann die Zementfabrik aus Gießen mit äußerst tanzbaren Indie-Rock und die wunderbaren Jungs von Apart From Us aus Frankfurt mit energiegeladenen Pop-Rock. Also am 26. Oktober ist nicht mehr lange hin. Kommt vorbei in die Musikhalle Portstraße nach Oberursel. Dann können wir uns auch mal kennenlernen und vielleicht das ein oder andere alkoholfreie Bier zusammen trinken. Wir wissen es nicht. Aber bis dahin, macht's gut. Tschüss. Euer Seppel von Newcomer-TV und Virusmusikradio. Ciao. Bis zum nächsten Mal.